Der Freund In meiner Kindheit war Richard mein bester Freund. Wir kamen ins Internat, als wir zehn Jahre alt waren. Unsere Betten standen nebeneinander und wir beide waren zum ersten Mal von zu Hause getrennt. Er war der begabteste Junge unseres Jahrgangs. Er schrieb die besten Noten, spielte die Hauptrolle im Schülertheater, war Mittelstürmer beim Fußball und gewann sogar die Skimeisterschaften gegen die Einheimischen. Alles schien ihm leicht zu fallen und jeder war gerne mit ihm zusammen. Seine Familie wohnte jetzt in Genf, aber seine Vorfahren hatten im 19. Jahrhundert die Stahlindustrie im Ruhrgebiet mitbegründet. Sein Nachname stand in unseren Geschichtsbüchern. Nach dem Abitur studierte er Geschichte am Trinity College in Oxford und später zwei Jahre Jura in Harvard. Er zog nach New York und arbeitete dort in der Bank, die das Vermögen der Familie verwaltete. Ein paar Jahre später heiratete er auf einer kleinen Insel vor Thailand, eine Hochzeit am Strand, nur wenige Gäste. Seine Frau, Cheryl, war fünf Jahre jünger als er. Sie stammte aus Boston. Bei der Trauung sagte jemand, sie sähe aus wie Ellie McGraw und ein bisschen stimmte das auch. Als sein Vater starb, überschrieb Richard die Firmenanteile seinem Bruder. Seine Frau und er bezogen ein Haus in Soho. Sie sammelten Kunst, gründeten eine Wohltätigkeitsstiftung und waren viel auf Reisen. Ein paar Mal besuchte ich die beiden. Sie waren liebevoll miteinander. Dann brach unser Kontakt plötzlich ab. Sie waren nicht mehr zu erreichen. Vor einigen Jahren verhandelte ich in einem Auslieferungsverfahren in New York. Mein Mandant war in eine Reihe von Finanzbetrügereien verwickelt. Die Vereinigten Staaten und Deutschland hatten gegen ihn einen Strafanspruch. Nach unzähligen Anträgen und Gesprächen stimmten die amerikanischen Behörden überraschend der Auslieferung nach Berlin zu. Und ich hatte einen freien Tag in New York. Ich rief Richards Bruder in Genf an. Er sagte, Richard wohne seit vier Jahren in einem Hotel. Vielleicht würde ich ihn dort treffen. Ich fuhr zu der Adresse. Ein Liftboy brachte mich in den 42. Stock. Ich klingelte an der Tür und wartete lange. Es war ein teures Hotel. Marmorböden und dicke Teppichläufer. Im Flur roch es nach Putzmitteln. Und an den Wänden hingen Spiegel und goldgerahmte Bauzeichnungen des alten Hauses. Eine junge Frau öffnete. Sie hatte verquollene Augen und trug nur ein T-Shirt. Sie ließ die Tür offen stehen und ging wortlos ins Schlafzimmer. Richard lag auf einem Sofa. Sein Hemd stand offen. An einer Seite war es eingerissen. Ich hatte noch nie einen so dünnen Mann gesehen. Als er mich sah, setzte er sich auf. Wie ein Kind begann er ohne Begrüßung sofort von der TV-Serie zu reden, die er gerade sah. Auf dem Tisch lagen unzählige bunte Tabletten in Cellophantüten. War eine lange Nacht, sagte er. Sein Blick war glasig. Er stand auf und umarmte mich. Er roch nach Schweiß und Alkohol. Seine Mundwinkel waren eingerissen, seine Haut schuppig und ausgetrocknet. Unter der Nase klebte verkrustetes Blut. Sein Kopf war aufgebläht und wirkte zu groß. Wir gehen raus, sagte er. Er suchte lange seine Sonnenbrille. Auf der Straße war es stickig. Ein Obdachloser wusch sein Gesicht unter einem Hydranten, der Grundton der Stadt, das Rauschen der Autos, das kurze Hupen, die Sirenen der Polizei und Krankenwagen. Wir gingen die 63. hoch. Richard stolperte immer wieder. An der Ecke zu Madison sei das einzige Diner in der Gegend mit anständigem Kaffee, sagte er. Wir setzten uns in seine Nische und warteten. Jeder schien ihn hier zu kennen. Ein Fahrer von Rockwells Bakery brachte Toastbrote und stapelte sie in den Fächern über der Theke. Der Chef des Diners trat seinem Koch in den Hintern, weil er zu langsam war. Die Gäste lachten und klatschten Beifall. Der Chef verneigte sich, der Koch grinste. Ein Kellner brachte uns zwei Pappbecher. Der Kaffee war heiß und stark. Wir gingen zurück, überquerten die Fifth Avenue und setzten uns im Central Park auf eine Wiese. Richards Hände zitterten. Der Kaffee lief über seinen Drei-Tage-Bad. Er versuchte ihn abzuwischen und schüttete sich dabei den Rest auf sein Hemd. Mädchen in gelben East Harlem T-Shirts wärmten sich für ein Baseballspiel auf. Sie kreischten wie Schulkinder überall auf der Welt. Wir sahen ihnen zu. Dort war es, sagte Richard plötzlich und zeigte auf den Weg. Was meinst du, fragte ich. Er antwortete nicht, legte sich auf den Rasen und schlief sofort ein. Sein Mund stand offen, sein Gesicht war bleich und nass geschwitzt. Später weckte ich ihn und brachte ihn zurück ins Hotel. Die junge Frau war nicht mehr da. Ich sagte, er müsse in eine Entzugsklinik, wenn er überleben wolle. Die Drogen würden ihn umbringen. Er ließ sich auf das Sofa fallen, riss dabei eine Lampe um, versuchte sie zweimal wieder aufzustellen und ließ sie dann liegen. Es sei nicht so schlimm, sagte er. Dann schaltete er den Fernseher wieder ein. Alle süchtigen Lügen. Bevor ich ging, sprach ich mit dem Hotelmanager. Ich gab ihm Geld, bat ihn, regelmäßig nach Richard zu sehen und hinterließ ihm die Telefonnummer seines Bruders. Ich glaubte, das sei alles, was ich tun könnte. Zwei Jahre später schrieb er mir eine E-Mail. Er sah jetzt in Frankreich, ob ich ihn besuchen könne. Ich kannte das Haus in der Normandie. Als Kind war ich oft dort gewesen. Richards Mutter hatte damals immer mit einem Buch im Garten gesessen. Eine stille, schmale Frau mit dunklen Augen. Auch im Hochsommer hatte sie schwarze Strickjacken getragen. Erst viel später hörte ich, sie habe den größten Teil ihres Lebens in einer psychiatrischen Klinik verbracht. In ihrem Garten über dem Meer habe ich zum ersten Mal Zitronen und Orangenbäume gesehen. Ich parkte den Wagen am Springbrunnen und ging an dem Haus vorbei hinunter in den Garten. Richard saß in dem kleinen Pavillon auf einem Korbstuhl. Eine karierte Decke lag auf seinen Knien. Auf dem Tisch neben ihm standen Teegeschirr und Gebäck und eine Vase mit Quittenzweigen. Neben dem Pavillon war ein Engel aus Bronze, verwittert, oxydgrün. Als Kinder hatten wir mit Pfeilen auf ihn geschossen. Richards Gesicht war noch immer eingefallen. Die Haut spannte über seinen Wangenknochen. Seine Haare waren jetzt kurz rasiert. Er trug eine Schirmmütze aus dicken Tweed. So schön, dass du kommen konntest, sagte er. Du bist der erste Besuch seit Monaten. Er sprach nicht mehr verwaschen. Seine Augen waren klar und gleichzeitig sehr müde. Sein Mantel schien ihm ein paar Nummern zu groß zu sein. Hast du den Drachen gesehen, fragte er. Den Drachen? Die Krankenschwester. Sie ist furchtbar streng. Mein Bruder hat sie ausgesucht. Wir sprachen über unsere Kindheit hier im Haus. Ich erinnerte mich an den Gärtner, der nur noch einen Zahn hatte, an unsere verbotenen Ausflüge ins Dorf und an die hübsche Tochter des Pfarrers, die sich in Richard verliebt hatte. Alle unsere Erinnerungen sind profan und alle sind heilig. Sie wollen, dass ich zu einem Analytiker gehe, sagte er plötzlich. Wirst du es tun? Nein, sagte er. Es gibt nichts zu therapieren. Ich war in Genf in der Klinik. Sie haben es alle versucht. Nicht noch einmal. Reden hilft nicht. Das Meer war grau. Es würde in der Nacht regnen, der weiche Sprühregen, den es nur hier gab. Rauchst du noch? fragte er. Der Drachen hat es verboten, aber ich muss jetzt rauchen. Ich gab ihm meine Zigarette, er zündete sie sich an, zog daran und hustete sofort. Er lachte und drückte sie auf der Untertasse aus. Nicht einmal das geht noch, sagte er. Ich sollte auch aufhören, sagte ich, um irgendetwas zu sagen. Richard legte die Füße auf einen anderen Sessel und stellte die Teetasse auf seinen Bauch. Ich war lange nicht mehr unten im Dorf. Mein Bruder hat die Kirche renovieren lassen. Ich will sie mir ansehen, aber ich darf nicht. Der Drachen hat auch das verboten. Es klingt wie früher. Nur in den Garten. Wir lachten. Dann tranken wir den Tee, der kalt geworden war. Lange sprachen wir nicht. Was ist passiert? Fragte ich schließlich. Erinnerst du dich an den alten Taktak, sagte Richard? Natürlich. Im Internat hatten wir unseren Deutschlehrer Taktak wegen seines Sprachfehlers genannt, einen Jesuitenpater, der für Rilke schwärmte. Kennst du, sagte Richard, noch dieses Gedicht, Wer spricht von Siegen? Überstehen ist alles. Ja, wir mussten es auswendig lernen. Es ging Rilke damals um den Krieg, sagte Richard. Ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich glaubte, was er schrieb. Heute weiß ich jedenfalls, dass es Unsinn ist. Überstehen bedeutet nichts. Gar nichts. Der Geruch der Rosen, Tulpen und Maiglöckchen war jetzt sehr stark. Weißt du, sagte er, ich mochte Cheryl wirklich gerne. Es war vielleicht nicht genau das, was die große Liebe genannt wird, aber wir haben uns gut verstanden, besser als die meisten Paare, die wir kannten. Dann versuchten wir, ein Baby zu bekommen. Es ging nicht. Am Anfang machten wir Witze über uns, aber Cheryl wurde immer ernsthafter damit. Sie legte die Zeiten fest, zu denen wir miteinander schlafen mussten, bemessen nach ihrer Basaltemperatur. Das Ganze wurde furchtbar peinlich. Wir waren bei Ärzten, wir probierten jede Möglichkeit. Mein Sperma wurde untersucht. Ich hörte mit dem Rauchen auf. Jedes Mal, wenn sie trotzdem ihre Periode bekam, war es eine neue Niederlage. Die Schläge wurden von Monat zu Monat härter. Von außen klingt das sicher albern, aber wir hatten sonst ja nichts an unserem Leben auszusetzen. Sie wurde immer verzweifelter. Sie weinte und weinte. Wir unternahmen nichts mehr. Keine Reisen, keine Konzerte, keine Ausstellungen. Wir saßen nur noch zu Hause. Unser Leben wurde klein und hässlich. Cheryl wollte keinen Besuch mehr. Sie entließ sogar die Haushälterin. Ich kann diese Frau nicht mehr ertragen, sagte sie. Und das sagte sie irgendwann über all unsere Freunde. Wenn ich auf der Straße andere Paare sah, beneidete ich sie um ihre Leichtigkeit. Ich war eifersüchtig auf Menschen, nur weil sie sich küssten oder zusammen ins Kino gingen. Nachts sah ich mir im Fernsehen Reisedokumentationen an. Kannst du dir das vorstellen? Ich sah mir idiotische Reisedokumentationen und Tierfilme an. Ich weiß, was du meinst, sagte ich. In unserem Haus gab es ein kleines Zimmer nach hinten raus zum Hof. Wir haben es Büro genannt, aber eigentlich stand nur mein Computer dort und mein Sessel mit einer Lampe. Ein kleiner Junge saß dort jeden Tag im Hinterhof. Er hatte eine Katze. Stunde um Stunde kniete er auf dem heißen Boden und streichelte sie. Ich weiß nicht, wie lange ich ihm dabei zugesehen habe. Ich wollte mein Leben zurück, verstehst du? Ich konnte Cheryl nicht lassen. Wir hatten zu viel zusammen durchgemacht und ihr ging es genauso schlecht wie mir. Ich war zu feige, ihr zu sagen, dass wir jetzt damit aufhören müssen. Aus Angst und Schuld und Dummheit machte ich mit diesem Wahnsinn immer weiter. Und dann war irgendwann dieser lange, heiße Sommer vorüber. Wir waren zermürbt und müde und plötzlich ging es nicht mehr. Was hast du getan? Ich habe es ihr gesagt. Ich hatte ihr versprochen, für sie da zu sein, aber ich konnte es einfach nicht mehr. Ich war nicht der Mann, den sie brauchte. Wir standen in der Küche vor dem Abendessen, das sie gekocht hatte. Wir stritten uns nicht und wurden nicht laut. Das wurden wir ja nie. So etwas passte nicht zu uns. Cheryl sagte, sie verstünde mich. Dann begann sie zu weinen, wie grausames, stummes Weinen. Sie ging ins Schlafzimmer und zog ihre Joggingsachen an. Immer wenn sie nachdenken wollte, fuhr sie mit dem Fahrrad die ganze Strecke hoch bis zum Central Park und lief eine Stunde. Richard nahm sich noch eine Zigarette. Wieder hustete er, aber diesmal rauchte er weiter. Als man sie fand, sagte er, war ihr Schädel zertrümmert. Sie hatte 80 Prozent ihres Blutes verloren. In ihrer Vagina fand man Zweige, Blätter und Erde. Es waren zwei Männer, 18 und 20 Jahre alt. Sie haben ihr Handy, ihre Kette und ihren Ehering mitgenommen. Warum? Wahrscheinlich wollten sie Cheryl nicht töten. Es war mehr so etwas wie ein Unfall, glaube ich. Später wurden sie wegen Mordes verurteilt. Das wusste ich nicht, sagte ich. Ja, Cheryl hat ihren alten Namen behalten. Die Zeitungen haben nur anonym berichtet, mein Bruder konnte die Presse heraushalten. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Er ist sehr geschickt in diesen Dingen. Ich hielt noch ein paar Wochen das Leben in unserem Haus durch. Du weißt schon, Beerdigungen, Formalitäten, Beileidsbesuche, das ganze Zeug. Aber dann musste ich raus aus diesem Gefängnis und aus meinem Kopf, in dem immer nur ich selbst war. Ich zog ins Hotel und begann mich zu zerstören. Ich habe es ganz bewusst und systematisch gemacht. Den Rest kennst du. Warst du bei dem Prozess? Nein. Ich wollte nicht mit diesen Männern in einem Raum sein. Ich habe die Akten von den Anmeldungen bekommen, auch die Fotos. Sie liegen oben im Tresor. Richard sagte nichts mehr. Ich hörte ihn atmen, aber ich konnte ihn nicht ansehen. Du bist so weit weg. Das war das Letzte, was sie sagte. Vom Küchenfenster sah ich, wie sie ihr Fahrrad aufschloss und die Straße hochfuhr. Es gibt keine Schuld in diesen Dingen, sagte ich. Ja, das sagen alle. Sie glauben, solche Sätze würden helfen. Aber wenn ich sie in den Arm genommen hätte, wenn ich gesagt hätte, wir machen das jetzt anders, oder wenn ich mit ihr einfach weggefahren werde, würde sie noch leben. Es ist meine Schuld und nichts kann das ändern. Er stand auf und ging vor bis zur Klippe. Ich folgte ihm. Wir sahen zusammen in die Wellen, die unten gegen die Felsen schlugen. Vielleicht hast du recht. Und es gibt kein Verbrechen und keine Schuld, sagte er. Aber es gibt eine Strafe. Als ich zwei Stunden später ging, blieb der Freund im Pavillon sitzen, eingehüllt, bewegungslos, still. Es war das letzte Mal, dass ich ihn sah. Zwei Wochen später löste er ein paar Gramm Natrium-Pentobarbital in einem Zahnputzbecher auf und schluckte es. Niemand wusste, woher er das Medikament bekommen hatte. Er wurde in New York neben seiner Frau beerdigt. Einige Monate nach dem Tag in der Normandie habe ich mit dem Schreiben begonnen. Es war zu viel geworden. Die meisten Menschen kennen den gewaltsamen Tod nicht. Sie wissen nicht, wie er aussieht, wie er riecht und welche Leere er hinterlässt. Ich dachte an die Menschen, die ich verteidigt hatte, an ihre Einsamkeit, ihre Fremdheit und ihr Erschrecken über sich selbst. Nach den 20 Jahren als Strafverteidiger blieb nur ein Karton übrig. Kleinigkeiten, ein grüner Füllfederhalter, der nicht mehr gut schreibt, ein Zigaretten-Etui, das mir ein Mandant geschenkt hatte, ein paar Fotos und Briefe. Ich dachte, ein neues Leben wäre leichter, aber es wurde nie leichter. Es ist ganz gleich, ob wir Apotheker oder Tischler oder Schriftsteller sind. Die Regeln sind immer ein wenig anders, aber die Fremdheit bleibt und die Einsamkeit und alles andere auch. Die Regeln sind immer ein wenig anders, aber die Fremdheit bleibt und die Fremdheit bleibt und die Fremdheit bleibt.